Das Enjoy Work Camp ist eine Unkonferenz für Menschen aus kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie können wir heute leben und arbeiten als Einheit. Was ich mir wünsche, ist, dass die Menschen, die jetzt heute hier sind, ganz viel mitnehmen für ihren Unternehmensalltag, für ihren Lebensalltag, dass sie Ideen entwickeln, wie sie beides miteinander vereinen können, ohne künstlich eine Trennung aufzumachen. Und vor allen Dingen, dass sie ganz inspiriert rausgehen, weil sie wissen, hey, ich bin nicht allein. Da gibt es ganz viele, die auch schon unterwegs sind wie ich. Ich habe hier auf gleichem Niveau mit denen gesprochen. Ich habe ganz viel Energie rausgezogen und ich weiß, was ich morgen mache. Also sprich auch wirklich dieses ins Handeln kommen, Wissen, was ich tue mit dem, was ich jetzt hier auch erlebt habe. Tja, ich bin Angestellte. Ich arbeite in einem System, dem ich mich natürlich auch einordnen muss. Was mir hilft, ist, bestimmte Dinge immer wieder zu hinterfragen und mir dahingehend Gedanken zu machen, ob ich das nicht vielleicht anders machen könnte. Das Tolle am Enjoy Work Camp ist, dass es eine wunderbare Plattform bietet, wo sich Leute mit den gleichen Interessen und Zielen dementsprechend versammeln können. Das Enjoy Work Camp funktioniert folgendermaßen. Die Teilnehmer entscheiden über ihr Programm. Das heißt, sie stellen vor der Gruppe vor, das ist mein Thema, darüber möchte ich diskutieren, diesen Workshop möchte ich anbieten, diese Diskussionsrunde möchte ich machen, wo es darum geht, was ist mein Thema, was ist meine Fragestellung oder vielleicht im umgedrehten Fall, was ist mein Praxisbeispiel, an dem wir dann diskutieren können. In den letzten zwei Tagen habe ich mich echt mit unglaublich vielen Themen beschäftigt, auf allen verschiedenen Ebenen. Das ist, finde ich, auch so das, was das ganze Enjoy Work Camp auch ausgemacht hat, dass es unglaublich vielfältig war. Also das war von fast schon philosophischen Fragen über Mensch und Maschine in Zusammenhang mit Digitalisierung und Technik bis hin zu konkreten Führungsinstrumenten. Wirklich eine Bandbreite von ganz oben, eigentlich Meta-Ebene bis hin zum ganz Konkreten, wie setze ich es um? Ich habe festgestellt, wenn es darum geht, Menschen ins Handeln zu bringen, dass es drei Dinge braucht. Zum einen braucht es Sichtbarkeit. Ich muss wissen, welche Themen habe ich, welche Lösungen gibt es möglicherweise und welche Fragen habe ich auch noch. Das ist so das Erste. Das Zweite, ich muss darüber mit anderen ins Gespräch kommen. Ich muss mich austauschen, ich muss Ideen entwickeln können, um im Endeffekt dann zu gucken, was hat es mit mir zu tun, wie kann ich das zu meinen eigenen Themen machen und wie kann ich es bei mir anwenden, um dann auch tatsächlich ins Handeln zu kommen. Und das Barcamp ist die beste Möglichkeit, das alles sichtbar zu machen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, uns feste Redner zu holen, die dann nach Schema F ihre Präsentationen halten, wo alle zum Zuhören verdammt sind, sondern hier kommen Menschen, die alle tolle Ideen haben. Sie alle haben die Chance, eine eigene Session anzubieten, wo sie ihre Ideen vorstellen, mit anderen diskutieren können, verknüpfen können, neue Ideen entwickeln. Und ich habe die große Hoffnung, dass dann auch die Menschen hier rausgehen aus dem Enjoy Work Camp und sagen, okay, ich weiß, was Sache ist, ich kenne die Trends, ich weiß, was es mit mir zu tun hat, wo ich meine eigenen Themen habe, ich weiß, wo ich gut bin, wo ich aber auch noch offene Baustellen habe. Und ich weiß, wie ich es umsetzen kann, weil ich hier mit Menschen zusammengekommen bin, die mir dabei auch helfen, die Unterstützer sind, die gleichgesinnt sind, wo ich Energie auch habe und vielleicht sogar Kooperationspartner habe in dem, was ich umsetzen will. Also die Menschen, die ich hier getroffen habe, waren unheimlich initiativ, also unheimlich motivierend, was zu bewegen, was zu verändern. Und was mich wirklich begeistert hat, waren Leute, die total bereit waren, einfach weiterzugeben, womit sie sich beschäftigen, auch mit ihren offenen Fragen. Enjoy Work Camp, das ist Spaß, Bereicherung, fachliche Kompetenz, unglaubliche Dynamik in den Themen und in den Menschen und in den Zusammenspielen. Man trifft sich dann wieder zu einem Mittagessen, alle gemeinsam. Hier wieder viel Gespräche, Kommunikation, Austausch auf allen verschiedenen Ebenen. Und das ist auch das Spannende, Spezielle am Enjoy Work Camp, dass wir alle mit dem gleichen Interesse hierher gekommen sind und uns zu diesem Thema austauschen. Und das empfinde ich als sehr bereichernd. Das Herzstück von Enjoy Work Camp ist das Zwischenmenschliche, dass die Leute den Raum haben, sich zu begegnen, auch in den Kaffeepausen oder eben beim Walk to Talk, dass sie durch die Gegend gehen können, sich rückziehen, wenn sie vielleicht mal ein Zweiergespräch haben möchten. Und das ist für mich einfach auch das Wichtige. Meine Motivation, das Enjoy Work Camp zu organisieren, ist darin, dass ich gesagt habe, was braucht es, um Menschen ins Handeln zu bringen. Es reicht ja nicht aus, wenn wir nur über unsere Ideen reden. Es geht ja darum, wie setzen wir sie um. Das ist, finde ich, schon mal das Allererste, zu sagen, okay, ich gestalte meinen eigenen Rahmen für mich selbst. Wie ich das konkret mache, ist, dass ich gucke, mit wem arbeite ich zusammen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich gut klarkomme. Für mich ist es am Allerwichtigsten und auch für alle anderen hier, die in dem Enjoy Work Camp waren, zu sehen, sie sind nicht alleine mit ihrem Gedankengut. Es sind genügend Spinnete und Rebellen da draußen und es hilft ungemein, ein Gemeinschaftsgefühl zu bekommen, dass man sagt, ja, wir können tatsächlich die Welt verändern. Man braucht eben nur Gleichgesinnte, um zu sehen, wie man das eben macht. Und das ist das Schöne daran, dass der Raum hier gegeben wird, damit man dir eine Idee rumspinnen kann und zu schauen, was gibt es da für Ergebnisse, wie kann man sich auch dementsprechend vernetzen, um Projekte für die Zukunft aufzugreifen. Von diesen zwei Tagen nehme ich mit. Tolle Ideen, gute Laune, Inspiration und es motiviert mich, Dinge mehr zu hinterfragen und ich nehme mit, viele neue Kontakte zu interessanten Menschen. und es hilft, es heilt,